Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Baby2Go. In diesem Film geht es um Rachel, die sich gerne ein Kind wünscht, aber sie ist auch Karrierefrau und sie möchte ihre Karriere echt nicht für ein Kind aufs Spiel setzen, aber sie möchte auch nicht auf ein Kind verzichten. Da sie aber sehr gut in ihrem Job ist, hat die Firma ihr ein Angebot gemacht und zwar sie verzichtet auf eine normale Schwangerschaft und dafür eine künstliche und zwar durch einen Pott. Das heißt, ein Kind wächst in einem Gefäß, so genannten Pott halt auf, beziehungsweise wird dort halt, ja, wächst dort heran und dadurch kann sie weiter arbeiten. Und Rachel wird gespielt von Emilia Clarke, die kennt man natürlich von Game of Thrones zum Beispiel. Und ja, ihr Freund, Mann, Avery, der würde eigentlich eine traditionelle Schwangerschaft vorziehen, aber, ja, er ist, ähm, finanziell nicht so gut aufgestellt, um da jetzt, ähm, sagen zu können, Rachel bleibt zu Hause, das packen wir finanziell so. Nee, denn Rachel ist halt dort die Hauptverdienerin und, ja, man ist auf das Geld natürlich angewiesen. Ja, dann gehen sie zu dieser Firma hin, die diese künstliche Befruchtung und das alles, ähm, in die Wege leitet. Und ja, Avery ist halt, ja, war anfangs immer noch nicht so angetan, aber später freut er sich über diesen Schritt. Ja, so viel dazu. Also, der Film, der geht, ähm, eine Stunde 49 Minuten. Und ich muss sagen, der Film hat ein so extrem langsames Erzähltempo, dass man denkt, der Film geht vier Stunden. Also, die tun das wirklich so krass zelebrieren, wie dieses Kind heranwächst in diesem künstlichen Gefäß, wie die sich da, ähm, vorbereiten auf das Kind, dies und das und so. Das wird da so krass zelebriert und dann so in die Länge gezogen. Ey, boah, ich hab gedacht, ey, der Film müsste schon längst zu Ende sein, aber nee. Ja, ging doch was. Und wie gesagt, ey, das, das, weiß ich nicht, ob das gut oder schlecht ist, dass der Film sich so lang anfühlt. Natürlich, einerseits kann man da natürlich besser in die Story eintauchen. Natürlich kann man sich dann noch ein bisschen besser mit den Charakteren identifizieren. Aber ich weiß nicht, da bin ich so ein bisschen wirklich hin und her, ähm, gerissen. Andererseits wirft dieser Film natürlich auch, ähm, interessante Fragen auf, weil, ähm, zum Beispiel Rachel ist ja wirklich sehr, ähm, technikverbunden, während, ähm, Avery, ähm, mehr so, ja, auch so der naturverbundene Typ ist, denn er ist, ähm, ja, so Biologe, was Pflanzen angeht und sowas alles in der Richtung unterwegs. Und unterrichtet auch so ein bisschen, was Pflanzen angeht. Die ganze Welt ist da schon so ein bisschen, joa, eher technologischer angehaut. Deswegen sind zwar beide sehr unterschiedlich, passen aber doch irgendwo sehr gut zusammen. Und das würde ich jetzt mal so zu dem Film sagen. Welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von eurem Content-Creator. T-Shirts, Hoodies, Tourenbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von ArtsExpert. Also holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Ihr könnt hier frei wählen, Größe, Farbe, alles was ihr wollt. Also ran da und holt euch den Stuff. Bis demnächst. Ja, da sind wir wieder. Ja, also wie gesagt, der Film hat ein sehr, sehr langsames Erzähltempo. Wer damit kein Problem hat und die Story gefällt, geh rein. Geht rein in den Film. Der ist nicht schlecht. Der ist nur einfach, ja, sehr langsam halt. Und dementsprechend, ja, das muss man halt mögen. Ansonsten, so die Story, so von den Konzepten her, regt einen auch zum Nachdenken an. Emilia Clarke ist eine super Schauspielerin. Das hat sie bei Game of Thrones und anderen Projekten auch schon bewiesen. Und ihr Filmmann, den kennt man ja zum Beispiel aus Tribute von Panem. Das sind auch alles super Filme gewesen. Und ja, also da kann man wirklich sagen, wer auf sowas steht, so ein bisschen Romantik, Comedy, ein bisschen Science Fiction dabei, ein bisschen was zum Nachdenken dabei. Für den ist der Film auf jeden Fall was. Also ich sag mal, weil, boah, das langsame Erzähltempo ging mir doch schon ein bisschen sehr auf den Senkel. Das war mir teilweise ein bisschen zu langsam. Gebe ich den Film zwischen drei und vier Totenköpfen, weil der Film nicht schlecht ist. Aber mich hat das Erzähltempo einfach gestört. Ja, das war die Filmbewertung zu dem Film Baby to Go. Wenn euch gefällt, was ich mache, lasst doch ein Like und ein Abo da. Und schaut auch mal unten in der Videobeschreibung. Da sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Bis demnächst. Untertitelung des ZDF, 2020